Aha! Siehe da, eine geheime Trühe. Mit Wohnen. Wie sammelt er die eigentlich? Hm. Wie? So! Der Randale. Oh, eine Eule. Das ist unsere. Hi Hedwig. Tschüss. Harry, komm nicht zu spät zum Kräuterkundunterricht. Ich warte am Eingang zum Gewächshaus. Wir sehen uns. Hermine. Die sorgt sich um uns. Das gibt's ja nicht. Tja. Darum hab ich gleich wieder was entdeckt. Aber ich nutze erst die Wünnchen mit. So. Einmal. Jetzt geh doch da hoch. Geh da hoch. Alter. Harry. Du kannst doch wohl diese blöden Steine hier hoch hüpfen. Also. So. Komm. Das muss ein Geheimgang sein. Das hat man schon angesehen. Ich komm mit der Kamera noch nicht so ganz klar. Ah, jetzt. Eine neue Bildkarte. Blum. Die gucken wir uns später an, wenn wir wieder ein paar mehr haben. Dann lohnt sich's auf. Hä? Oh. Oh. Schiffe. Oh, okay. Harry Potter vs. Peeves. Peeves. Mensch, bist du schwer. Hm. Was ich irgendwie schade finde, dass Peeves wirklich nur in den Büchern vorkommt. Und nicht in den Filmen. Das finde ich ein bisschen schade. Der arme Peeves. Weißt du, deswegen mobbt er uns. Uns Computerspieler mobbt er so. Weil er es nicht in den Filmen geschafft hat. Und da sind wir wahrscheinlich schuld. Seht ihr? Sowas passiert, wenn man nicht zu geistern ist. Hey Harry. Hast du die 25 Bohnen für uns? Wir brauchen die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Okay. Gute Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Ne, ich glaube nicht. Danke. Hm. Geht halt kurz die Wand auf, ne? Ist ja ganz normal. So, noch eine Bildkarte für unsere Sammlung. Oh. Eine Bildkarte verschwindet. Aber bei Stehenzauber kann er. Was denn jetzt? Harry, wenn du zu spät zum Kreidekundeunterricht kommst, wird Gryffindor wertvolle Hauspunkte verlieren. Also behalte ich. Alter. Das ist jetzt immer so ein strenger, ähm, Stundenplan, dass gleich nachdem man einen Zauber gelernt hat, gleich zum nächsten Rennen muss. Das ist ja ätzend. Also wenn das so ist, dann wollte ich doch nie nach Hogwarts. Oh. Hey Potter, magst du Überraschungen? Malfoy hat ein Geschenk für dich. Du solltest besser vorsichtig sein, Potter. Ja. Die Slytherins können die Gryffindors nicht ausstehen. Das habe ich schon früher gemerkt, als du überhaupt denken konntest. War das so witzig? Ernst? Also, ähm, ach ja, ähm, du bist, du siehst scheiße aus. Flip heen zu. Ooooooohohoh! Cool. Cheners... Achtung, hinter dir ist ein, äh, Bellowolf. Flip heen zu. Die fände alles witzig. Komm Lach mal Schön Ich glaube, ich habe eine neue Freundin Ihr Name ist Hexild Keine Ahnung So, ich gucke mich hier natürlich noch überall um Vielleicht findet man ja hier irgendwo was Die Tür zu Hi Das ist mein Erinnermich Es erinnert mich an alles, was ich vergessen habe zu tun Oh, es sagt mir, dass wir gleich Kräuterkunde haben Oh, da hätte ich beinahe etwas vergessen Nimm dich vor Draco Mel vor euren Acht Er ist eben hier herumgeschlichen Okay, okay Let's do this Der ist nicht so witzig wie die Hexe, leider Schade Aber er gibt uns Wohnen Das ist doch schon mal etwas Okay Also, okay Bis nachher, Neville Ich hoffe, der kommt jetzt nachher, ne? Schließlich hat er gesagt Tür Kräuterkunde und so Ich werde jetzt durch Soll ich noch einen abkürzen? Und hopp Und hopp Und hopp Wer baut denn hier oben eine Türe hin? Oh, wie nett Noch eine Wildkarte Die Bohnen sind mir egal Die Karten sind mir wichtig So, zack Also, gell, Fred und George Wenn ihr noch ein paar Bohnen braucht Ich hab, glaube ich, genug Moment So Merkt ja niemand Das bestimmt was für mich Ist ja klar Ist auch was für mich Hast du noch eins? Nein? Schade Okay Jetzt sind wir wieder in der Eingangshalle Wo vorhin Dumbledore war Trotzdem hier wollen wir mal alles ein Aber jetzt sind wir wieder bei unserer Freundin Hexelde Ich merke mir jetzt den Namen Hexelde Einfach aus Aus Gründen Du schon wieder Ich find die Stimme so geil Mit diesen Zauberknallbonbons kann man eine Menge Spaß haben Hier, fang Oh Okay, okay Aha Ah, cool Hehe Find ich wütig Das nicht Schnauze Hier, guck mal Bumm Ha Was? Wow Ist okay Ey Ja, ja Mit dir auch Sieh, ich bleib Also Ha Hab ich irgendwie einen Graffiti-Zauber schon Hier Vielleicht so Mit einem Schnauzer oder so Nö Schade Nix kriegt man hier gelernt In dem scheiß Schloss Harry Hier drüben Oh, hallo Mein Freund Aus der Hagrid Hallo Hallo Harry Ich bin's Hagrid Schön dich zu sehen Das sind die Ländereien von Hogwarts Ich bin der Wildhüter Kann gar nicht glauben, wie schnell hier alles wächst Eine Freundin Hermine wartet am Eingang zum Gewächshaus auf dich Komm doch nach deinem Unterricht auf ne Tasse Tee vorbei Kusch, kusch Jaja, du mich auch Der Grit Ah Mhm Du musst jetzt besser zum Kräuterkundeunterricht gehen Du kriegst Strafpunkte, wenn du zu spät kommst Das kann dir doch egal sein, ey Kusch, kusch Ich glaub ich spinn Nee, Hagrid ist in Ordnung Der ist ganz nett zu uns Der hat uns von den Dursleys weggebracht Jetzt geht's uns hier ganz toll Jetzt doof machen wir den doch trotzdem mal ein bisschen, ne? Ob der seine Arbeit auch richtig macht Aha Hm Also so, so tue ich auch immer meine Hecken schneiden Einfach in der Luft die Schere schnippschnitt machen lassen Und dann werden sie natürlich kleiner die Büsche Das ist ganz normal so Was macht der? Mach dich auf den Weg zum Unterricht, Potter Ach, du bist Percy, oder? Percy Weasley Nee Der sah so verdächtig aus Da schmült die Hermine Jetzt ziehst du sofort daran, dass sie die Arme so verschränkt Oh, Slytherin Mach, dass du zu deinem Unterricht kommst, Potter Du kennst ja noch nicht mal die Quidditch-Regeln Schnauze, ich kenne wenigstens Alohomora und du nicht Und ich kann Karten verschwinden lassen Das kannst du auch nicht Und ich kann furzen Siehste, kann ich Der Kräuterkunde-Unterricht findet kurz hinter Professor Sprouts Garten statt Ich warte hier auf Neville Ich glaube, er hat sich mal wieder verlaufen Los, Harry, du solltest besser zum Unterricht gehen Ja, ganz ehrlich, dann hätte Neville ja auch mit mir mitkommen können Aber nö, der muss lieber auf seine Glaskugel stammen So, irgendwie sind die Erstklässler wirklich alle nur verwirrt und keine Ahnung Was? Was bist du denn für ein Geizhals, blöder Drache? So, das hier nenne ich übrigens auch meinen Garten Mit irgendwelchen Feuerschnecken Und hier müssen Erstklässler oder allgemein Schüler durchlaufen, um zum Unterricht zu kommen Verständlich Die tun weh, wenn ich sie berühre Also, wenn ich sie berühre und sie rumbewegen Dann tut es weh Das weiß ich noch Aber die sind nicht so fies wie die aus dem zweiten Teil, glaube ich Ich glaube, die sind noch ganz pflegeleicht, in Anführungsstrichen Komm, nehme ich durch Unterricht So Also, ganz ehrlich, wenn das jeder Schüler machen müsste, um zum Unterricht zu kommen Dann würde sich wirklich jede Sau verspäten Egal, wie gut und schnell und toll man ist Das sieht so aus, als würde das Wasser in den Speichern wieder hineinfließen Aber schön Das sah mir nach Geheimtür aus, aber Anscheinend doch nicht, dass man speichert Jetzt nehme ich doch gleich mal mit Zack Boah, wie schnell ist denn speichert Das ist ja Atemheraum Geil Ja Oh, ich höre irgendwas Kann ich dich töten? Nein Oh Gott Hilfe, ich werde gefressen, wenn ich zum Unterricht gehen möchte Wie krank ist das denn, ey, ganz ehrlich Ich klag die bei der Zaubereiministerie Tante, ah, keine Ahnung, Zaubereiministerie Gut Hallo, Mova Hm Ich bin jetzt Warte, jetzt Nee Ah Und jetzt Hm, cool Was ist das nochmal? Schade Aber nett Ist uns noch irgendwas hier? Hier irgendwelche Schokofrösche, aber ich brauche eigentlich gar keine Dann gehen wir wieder Tap, tap Tap, 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 tap hers Und jetzt Und jetzt jumps